Bist du eine von 12 Millionen Müttern, die sich wünschen, endlich einen entspannten Alltag zu haben? Mehr Zeit für die eigenen Kinder? Wissen, wie man lecker und gesund für die Familie kochen kann? Und möchtest du wissen, wie man endlich leicht und bequem abnehmen kann? Wie du endlich deinen Haushalt in den Griff bekommst? Wie du deine Gelüste kontrollieren und lenken kannst? Mein Name ist Samar, ich bin Mama von drei kleinen Kindern und habe das Glück, endlich den Weg gefunden zu haben, wie ich entspannt und glücklich mit meiner Familie und meinem Alltag leben kann. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute zwei Produkte der Marke Robea Germany vorstellen. Die beiden sind es und wir haben zum einen hier Schüche. Und zwar Lauflernschuhe. Vince lernt nicht mehr laufen. Trotzdem finde ich die Schuhe dennoch sehr praktisch für ihn. Und zwar habe ich das Modell Feuerwehr mit Feuer genommen in Größe 26-27. Und die sehen so aus. Also es sind solche Lederpushen, wie man das halt kennt. Und die sind dunkelblau mit roten Absätzen. Und da ist halt eine Feuerwehr drauf. Und auf dem anderen ist ein Feuerwehr und das Feuer drauf. So. Und der Grund, warum ich mich für diese Lederpushen von Robea entschieden habe, ist folgender. Vince ist ein unglaublicher Schuhmuffel. Also zu Hause ist wirklich das erste Schuhe ausziehen, Socken ausziehen und dann läuft er hier barfuß durch die Wohnung. Was in Ordnung ist, weil wir in der unteren Etage komplett Fußbodenheizung haben. Da kann ich absolut damit leben. Aber hier oben jetzt im neuen Kinderzimmer ist keine Fußbodenheizung, ist kein Teppich mehr. Und er braucht einfach unbedingt etwas an seine Füße. Und da reicht es nicht, dass er selber merkt, es ist doch kalt und unangenehm. Der möchte trotzdem barfuß hier oben rumlaufen. Und ich habe halt überlegt, dass ich ihm quasi das Schuhe tragen irgendwie schmackhaft machen muss. Und weil er ja so ein großer Feuerwehr-Fan ist, dachte ich, dass ihn das halt animiert, diese Schuhe anzuziehen und auch zu tragen. Also ich werde es auch wirklich so machen, dass die hier oben vor dem Kinderzimmer stehen. Und er halt die Ansage bekommt, wenn er im Kinderzimmer spielt, dann muss er sich vorher die Schuhe anziehen. Und ich hoffe, das funktioniert so. Also ich werde euch mit der Kamera mitnehmen, wenn ich ihm die Schuhe zeige, wenn ich ihm erkläre, was diese Schuhe auf sich haben und wo er die zu tragen hat. Und ich hoffe, dann funktioniert das. Also ich hoffe, es ist halt wirklich eine Motivation, dass da eine Feuerwehr drauf ist und dass er die dann einfach gerne anzieht. Und dass es halt keine besonders festen Hausschuhe jetzt sind, sondern doch irgendwie was sehr Leichtes, was ihn nicht stören wird. Was natürlich auch sehr biegsam ist, was ihn auch beim Spielen überhaupt nicht einschränkt, nicht stört. Und ja, deswegen habe ich mich für dieses Modell hier entschieden. Und ich werde euch jetzt im Folgenden nochmal ein bisschen was Genaueres zu diesen Hubea Lauflernschuhen erzählen. Zu den Lauflernschuhen von Hubea kann man sagen, dass die halt hinten so einen elastischen Gummi an der Ferse haben und eine weiche, flexible Sohle. Und man sollte darauf achten, dass mindestens 0,5 cm Platz zwischen der Schuhspitze und den Zehen gelassen werden. Das ist natürlich dann ein angenehmeres Tragen. Dann zur Sohle. Ich drehe jetzt mal um. So sieht die Sohle übrigens der Schuhe aus. Und das ist eine sichere und rutschfeste Sohle aus umweltfreundlichem, zertifizierten Material. Das ist eine Wildledersohle mit solchen Anti-Rutsch-Pads hinten und vorne. Die Schuhe passen sich einfach perfekt an den Fuß an. Dann, wie gesagt, man hat diesen Gummibund, der für einen sicheren Halt sorgt. Man hat keine Druckstellen an den Fersen. Man hat eine größtmögliche Bewegungsfreiheit auch in den Schuhen. Es ist wie Barfußlaufen. Und da Vince ja so ein Fan von Barfußlaufen ist, hoffe ich halt, dass das eine gute Alternative für ihn ist. Er kann die leicht an- und ausziehen. Ich hoffe, dass er das auch alleine hinbekommt. Er ist so ein kleiner Faulibär, was das alleine anziehen anbelangt. Aber vielleicht ist das mit den Schuhen eine ganz gute Sache. Und es gibt gute Entwicklungsmöglichkeiten für die Füße der Kinder. Also diese Schuhe sind wirklich von Kinderärzten und Orthopäden auch empfohlen. Und es ist ein reines atmungsaktives Naturprodukt. Also das ist wirklich weiches, geschmeidiges Leder mit einer natürlichen Sohle. Man hat ein angenehmes Fußklima. Also die Kinder werden da nicht extrem drin schwitzen. Und das freut mich halt einfach, dass das wirklich von vorne bis hinten ein super durchdachtes Produkt ist. Also sowohl für Vince, der halt einfach gerne barfuß läuft, als auch, ja, weil es halt recht natürlich ist. Das mag ich halt so gerne. Gerade an den Füßen, was halt so direkt am Körper ist, finde ich es immer ganz schön, wenn man sich da keine Gedanken über großartige Giftstoffe machen muss. Und ja, ich hoffe, dass die Schuhe gut bei ihm ankommen. Vince, komm her. Guck mal, sind das deine neuen Schuhe? Ja. Zieh mal die jetzt immer an, wenn wir hier in dem Zimmer sind. Was ist denn hier drauf auf den Schuhen? Äh, das hat die Dattas. Ja, und zieh mal die jetzt mal an. Nein. Komm, wir ziehen die mal an, Spatz. Was hat die Dattas? Genau. Und hier? Was ist das? Löschen. Löschen, das Feuer. Ja. Sind die Schuhe schön? Ja, das hier lesen. Wir können jetzt ein Buch lesen, ja. Äh, äh. Das zweite Produkt, das ist ein Kirschkernkissen, ein Wärmekissen mit Eulen drauf. Und das kostet übrigens 6,90 Euro. Das finde ich auch einen absolut super Preis. Das ist rund. So sieht es aus. Ich finde das eigentlich auch unisex. Ähm, aber es ist für Vince gedacht. Ähm, und zwar aus dem einfachen Grund. Ich finde meine Wärmekissen nicht mehr. Ich weiß, ich hatte für Vince als Baby ein oder zwei Wärmekissen auf jeden Fall. Und dann habe ich die weggepackt. Und so dieses Klassische, wie man das kennt. Ich habe die irgendwo hingeräumt, wo ich dachte, na, da weißt du dann auf jeden Fall, wo die liegen. Und ich weiß nicht, wo ich die hingeräumt habe. Und ich war jetzt schon oft in der Situation, nicht weil Vince irgendwie Bauchschmerzen hatte, damit haben wir überhaupt gar keine Probleme. Aber ich persönlich finde es zum Beispiel immer sehr, sehr schön, wenn es richtig kalt draußen ist oder ungemütliches Wetter, wenn ich mir so eine Wärmflasche mit ins Bett nehmen kann. Und, ähm, er hatte jetzt manchmal so Einschlafschwierigkeiten oder auch Schwierigkeiten beim Durchschlafen. Und da hatte ich überlegt, wäre so ein Wärmekissen vielleicht was sehr Schönes gewesen, einfach was Beruhigendes, was Warmes gewesen. Aber ich hatte kein Wärmekissen. Genauso eine andere Situation, frühmorgens. Also wir hatten es ja zeitweise minus 10 Grad, minus 12 Grad. Und das heißt für mich mit Vince frühmorgens, ich muss ihn in das kalte Auto setzen. Ich habe ein relativ altes Auto. Das heißt, selbst wenn ich da die Heizung anmache bis zum Kindergarten, ist das Auto eh nicht warm. Und ich musste ja erst mal kratzen. Das heißt, er saß dann da erst mal 10 Minuten im kalten Auto, während ich gekratzt habe. Und auch auf der Fahrt zum Kindergarten wurde das Auto ja nicht warm. Also ich habe ihn dann in eine Decke wirklich eingepackt. Und da hätte ich mir halt auch ein Wärmekissen gewünscht, dass ich ihn damit unter die Decke stecken kann, dass es einfach halt warm für ihn ist. Und deswegen habe ich halt die Gelegenheit genutzt und mir bei Hubert eins ausgesucht. Und das ist es jetzt geworden. Ich finde das auch super süß. Und außerdem finde ich es schön, also ich brauche ja für das Baby, ich hoffe, ich finde diese Wärmekissen noch. Wenn nicht, muss ich mir für das Baby auch nochmal eins kaufen. Aber ich hätte halt gern, dass dann jeder sein eigenes hat. Mir ist das auch irgendwie ganz wichtig. Vince ist so ein Mensch. Ich weiß, wenn er beim Baby sehen wird, es hat ein Wärmekissen auf dem Bauch, wenn es dann zum Beispiel die 3-Monats-Koliken ist, dass er dann zu mir kommt und mir erzählt, dass er bitte auch sowas auf seinem Bauch haben möchte. Und deswegen ist es gut, wenn er dann wirklich sein eigenes hat. Wenn ich dann sagen kann, gut, hier, dann machen wir dir deins warm. Dann kannst du deins haben. Aber das ist das vom Baby. Das finde ich immer ganz gut. Und deswegen hat er jetzt dieses schöne Wärmekissen, was ich ihm dann nachher auch zeigen werde, was ihr euch auch mit anschauen könnt. Und was ich ihm dann jetzt probehalber wirklich auch mal abends mit ins Bett geben werde. Und mal gucken, ob ihn das noch so ein bisschen beruhigt. Also er braucht so, naja, so eine Dreiviertelstunde, ehe er dann auch wirklich eingeschlafen ist. Also es ist jetzt nicht problematisch. Er kommt nicht ständig aus dem Zimmer raus, aber er braucht halt so seine Dreiviertelstunde. Und vielleicht geht es dadurch schneller, weil er sich dann einfach besser entspannen kann, besser abschalten kann. Und das werden wir alles sehen. Das Schöne bei diesem Kirschkernkissen ist, dass man nochmal so eine Anleitung und Informationen dazu im Päckchen mit drin hatte. Halt das Kirschkerner Naturprodukt sind und ein guter Wärme- bzw. auch Kältespender. Denn man kann das sowohl zur Wärmeanwendung als auch zur Kälteanwendung nutzen. Also wenn man das 45 Minuten ins Kühl- oder Gefrierschrank tut, in der Plastiktüte natürlich, kann man damit dann auch Sachen kühlen. Wenn sich Kinder dann irgendwie mal verletzt haben oder vielleicht auch bei irgendwelchen Stichen oder so. Und dann sind die nicht so beißend kalt wie diese Coolpacks, die man so kennt, sondern es ist einfach dann eine angenehmere Kühle, sag ich einfach mal. Aber klassischerweise benutzt man es natürlich für die Wärmeanwendung. Und das kann man mit dem Kirschkernkissen sowohl im Backofen als auch in der Mikrowelle, was ich immer sehr schön finde. Bei manchen kann man nur entweder oder. Aber hier kann man es sowohl im Backofen als auch in der Mikrowelle erwärmen. Wenn man es zum Beispiel im Backofen erwärmt, wird dann noch dazu geraten, das Kissen in Alufolie einzuwickeln. Das kannte ich so auch nicht. Deswegen bin ich ja wirklich sehr, sehr dankbar auch für diese Anleitung. Und ja, das wird halt gesagt, ne, das bringt Erleichterung bei Blähungen, bei Koliken, gerade dann bei Säuglingen und Kleinkindern. Aber bei Vince ist mir halt auch wichtig, irgendwann hat der mal Bauchschmerzen oder vielleicht auch mal Nacken-, Schulterschmerzen, solche Sachen. Und da ist es dann einfach schön, sowas auch für größere Kinder da zu haben. Und der Vorteil von so einem Kirschkernkissen gegenüber Wärmflaschen ist einfach, dass das Kissen nicht auslaufen kann. Deswegen habe ich mir auch nicht getraut, Vince zum Beispiel eine Wärmflasche von mir zu geben. Und es ist auch nicht möglich, dass er sich da dran verbrüht oder so. Und es passt sich einfach perfekt an den Körper an. Durch diese Kirschkernkissen kann sich das halt schön von der Oberfläche her an die jeweilige Körperpartie anpassen. Für die Marke Rubea Germany kann man noch sagen, es ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Mittelhessen. Und es ist vor allem für qualitativ hochwertige und funktionale Artikel für Babys und Kleinkinder bekannt. Die Produktpalette reicht von TÜV-zertifizierten Krabbel- und Lauflernschuhen, wie wir sie halt hier sehen, über praktische Decken für die Babyschale oder den Autositz, Taufkleider, Holzspielzeug, Stillzubehör und auch Geschenkideen. Und ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Verträglichkeit und die Funktionalität jedes einzelnen Artikels gelegt, was für Eltern ja immer auch sehr, 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 sehr wichtig ist. Und so entsprechen zum Beispiel sämtliche Artikel den europäischen Normen und eine Garantie dafür, dass alle bei Rubea Germany gekauften Produkte frei von Schadstoffen sind. Und damit hat man einfach als Eltern ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn man sowas kauft und seinen Kindern dann halt sowas zum Anziehen, zum Kuscheln bzw. zum Spielen an die Hand gibt.